So, und es geht weiter mit Max Payne 3. So, dann schauen wir mal, wie wir hier diese... an den Griffis reinreden, wie wir die Militze aufhalten können. Ich hatte keine Option, aber die schenische Route. Diese Charmers waren nicht da, um ein paar Arresten zu machen. Sie wurden sie durchdessen. Wir sind auch hier überhaupt nicht auffällig, hier, mit unserer Glatze und unserem Hawaii-Hemd. Wir sind auch hier überhaupt nicht auffällig, hier, mit unserer Glatze und unserem Hawaii-Hemd. Sie haben nie gelernt, die Schweren. Schweren und die Schweren, oder? Ich hoffe, was wir hier? Schweren! 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 Ach, ja ja, das war jetzt ein bisschen doof. da war einer zu viel. Und gleich geht's weiter. Vielleicht sollten wir uns auch, vielleicht, noch eine andere Waffe nehmen. Jetzt haben wir, glaube ich, wohl ein paar mehr Schuss. So, das sieht besser aus. Ach, Scheiße. So. Okay. Die Waffe ist leer. Was hat denn der Kollege hier? So, der sollte, der lebt immer noch. Unfassbar. Setzen wir ihn einfach ins Gesicht an und... Ach, Scheiße, ey. Ach, komm. Na gut. Jetzt aber. So. 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 Eisenköpfe. Die Kugeln hat man sogar kommen sehen. Die Kugeln hat die Kugeln. Alles Gute kommt von oben. Autsch. Das war jetzt nicht so gut. So, der Penner da oben, der fehlt noch. Na, wo bleibst du? Na gut, dann gucken wir mal hier im Hinterhof. Geht es hier weiter? Nein. Wahrscheinlich durch diese Tür hier. Oh, eine Runde Billiards. Und schon wieder sind wir in die Fänge des Bösen gekommen. Mal sehen, wie wir diesmal wieder rauskommen. Das waren meine neuen Freunde, die wir jetzt finden. Es war Sao Palos und ein Busload von Glückwunschern, die sie vorhin herausgefunden haben. Gut, unbewaffnet. Können wir sicherlich gut gegen Panzer und andere Sachen vorgehen. Ich habe gesagt, dass ich mich gerne folgen würde. Ich bin verloren. Und sie waren irgendwoher. Und es war die nahe. Und es war die nahe ich zu einem Plan. Wo waren sie? Wo waren sie? Haben sie Marcelo und Giovanna? Ist das nur eine gewisse Favela-Favela-Favela-Favela-Favela-Favela-Favela? Ja, alles gut. Was war hier? Was war hier? Sie sahen wie die gleiche Paramilitarie aus dem Stadion und Anfassungen. Was fühlt sich falsch? In Wahrheit, alles fühlt sich falsch. Was war hier? Wann die Leute, die Party zu gewinnen? Sie waren sicher, dass es nicht endet in eine Pinnata und eine Slicze of Cake. Was war das? Die Vigilante abliegenen mit den Sparkanten-Marschäden? Werden sie an der Leute kaufen? Was, was das? Das macht mir zu viel Sinn? Diese beiden waren sehr verehrte Operatoren. Eine eine band von hittabenden Killern, und die anderen sollte die Stadion nicht abwarten. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do there? No! No! Marcelo! Yeah, he doesn't look so good. With his nice blonde hair. That's a pretty hard number here. You bastard! And one more of the delicious food. Giovanna! What did I say? We will be okay. No, 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 no! You don't want to do that! Come on! Go, 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 go! Go, 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 go! They want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh! Who did that? It was an American. It was? It was? He's blaming you for the death of his friends. He's blaming you for the death of his friends. Poor American. Cousin, morre, porra! Caralho! Contra ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! So, das sieht erstmal nach nem Nickerchen aus. Wurde auch mal Zeit. After a couple of hours of lying and shit, you learned to appreciate what you've got. And right now all we had was each other. I was a wreck and Giovanna, well, I knew what she'd seen, no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Capital 10. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Passos said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go. I guess this is it. No, keep going. Come on. That's a girl. Here, come on. This way. In here. Let's try to stay calm, all right? I know this is fucked up. I'm pretty calm. I'm also pregnant. You better be shitting me. Me and Raul? Passos, you call him. We just want to live somewhere, away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. Shh, shh, shh. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down, stay out of sight. Shh. Disperse e procure por toda parte. Temos que achar a menina e o americano também. Ok, chef. Mais a frente, vamos. Marvamos em posição. Tive, brava. Tome são desgraçados, filhos da puta. Fugueu! Pare que os nossos vivam, você tem que daria. Me tire daqui! Soll... Das ist eine ganz tolle Idee. was sie da macht. Oh. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Wahrscheinlich müssen wir hier... So. Der macht hier einen kleinen Abflug. So. Und was ist mit dem Mädel? Na, wo ist sie? Das frage ich mich nämlich auch gerade. Ach, sie ist schon vorgegangen. Ja, super. Das ist doch praktisch. Hier, quick. Climb under hier. And open the gate from the other side. Quick! Stay right here. While I check it out. Make sure you stay out of sight. I can't do this. Ach, scheiße. Da habe ich vergessen, noch eine Painkiller zu nehmen. Ja, das war jetzt mein Fehler. Oh, und eine Granate kommt auch. Okay. Okay. Das machen wir gleich noch mal. So. Und dann gucken wir einfach mal hier. Oh, Mann, ey. Scheiße. Na gut. Das machen wir noch mal. So, den hier einmal. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer von denen schmeißt den hier. Ach, scheiße. Was werden wir noch mal machen, Mann? Na gut. Da müssen wir wohl hier. Ach, du je, ey. Ach, du je, ey. Ach, du je, ey. Ach, du, ey. Das ist ein Pirot, das ist eine...